Jo, ich habe mich jetzt auf eine Parkbank gesetzt, bin jetzt schon ein bisschen müde vom Herumlaufen. Hab ein paar Pokémons noch gefangen. Hier sind jetzt auch noch zwei Pokémons, wir werden die gemeinsam noch fangen. Ich zeige dir die mal gleich. Hier sind die Pokémons. Schauen wir mal, fangen wir mal den. Schauen wir mal, wie der heißt. Ein Bibi. Wir werden den Bibi eine Bananenfrucht geben, damit er ein bisschen lieb wird. Oh, ein blauer Pokémon Ball. Da lachen schon im Hintergrund die Vöglein. Noch, oh, den haben wir weit weggeschossen. Und aber jetzt. Jetzt sollen wir schauen, dass er drin bleibt. Bis jetzt ist alles gut gegangen, alle Pokémons gut gefangen. Schauen wir mal, ob der auch drinnen bleibt. Klasse, den haben wir auch gefangen. Bibi ist gefangen. Okay, da sind 120 Endpunkte. So, wo jetzt da? Okay, das war der Bibi. Schauen wir mal, wo wir hier sind. Ich bin hier. Hier können wir noch ein paar Sachen platzen lassen. Ein wildes Tier. Noch ein Bibi. Wir werden auch diesen Bibi eine Bananenfrucht geben. Na, wilde Bananenfrucht nicht. So, hopp. Oh. Man muss das genau treffen. Ist natürlich etwas schwierig. Ich habe in der einen Hand die Kamera. Und in der Radernhand soll ich den Bibi fangen. Aber jetzt ist er drinnen. Jetzt hoffen wir, dass auch dieser Bibi drinnen bleibt. Dann haben wir schon zwei heute gefangen. Klasse. Ja, Bibi wurde gefangen. Super, 120 Endpunkte. Das sind jetzt um 1000 weniger als vorher. Okay. Ah, hier kann man... Was ist hier? Uh, der schaut gefährlich aus. Kämpfen. Kann man hier kämpfen? Drücken wir mal drauf. Kämpfen. Nehmen wir ein Reitkampfteil. Ein Pass wird verwendet, wenn der Kampf beginnt. Okay. Kann man hier kämpfen? Geht das hier? Countdown zum Reitkampf. Ah, sehr gut. Ein Kampf. Wir nehmen hier oben die oberen Pokemons. Empfohlen. Okay. Fertig. Ah, da oben ist der Countdown. 3, 2, 1, 0. So. Puh. Wir sind aber sehr klein gegen den Großen. Eine etwas unfaire Geschichte hier. Groß gegen klein. Wir haben hier überhaupt keine Chance gegen diesen Großen. Durch die oberen Koenzen. Ja, er vernichtet alle Pokemons. Aber alle. Ah. Du großer Böser du. Ah. Alle deine Pokémon, wähle neue Pokémon oder belebe und heile die kämpfenden Pokémon und kehre zum Kampf zurück. Okay. Gut, ich werde jetzt schauen, wie ich diese Pokémons heile und wie ich sie wieder belebe. Wir sehen uns dann wieder später. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Tschüss. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Tschüss. Tschüss. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Schade, dass wir nicht gewonnen haben.